Auf was Neues zu in einer weiteren Folge von Let's Play Pokeroke. Im letzten Part haben wir Ebene 96 jetzt erreicht. 95 hat nur Sarsak zugesetzt, deswegen wir nur noch ein halbtotes Kramor haben. Und der Rest ist tot, deswegen hoffen wir mal, wir kommen hier irgendwie durch. Durch den Trainer jetzt, weil sonst haben wir ein Problem. So, Level Cap ist erreicht. Gefällt es. Wir können doch borschen, aber der Rest ist ja kacke hier. Können wir uns vorher noch mal boosten, aber... Oh, wenn der jetzt wirklich nichts hat, wollen wir noch mal ein bisschen Klauenwärtserfeuer machen? Hä, wie? Wenn der wirklich nichts gegen uns hat, können wir uns noch mehr boosten vorher. Weil das nicht physischer Angriff steigt? Guck noch mal nach. Weiß nicht wie. Guck noch. Hä, indem du jetzt ins Bericht gehst? Ja, das kann ich. Angriff und Genauigkeit. Also einmal mindestens kann man es ja machen. Ja, kritisch. Natürlich hat er ja noch was ab, macht er aber auch nicht mehr. Nochmal, oder? Ja. Jetzt angreif, oder? Einmal noch. Schade, dass er es nicht eh nicht erhöht. Ja, das ist wohl jetzt halt, wenn er jetzt irgendwie anders schneller ist, haben wir trotzdem verkackt. Glincht. Ey! Jetzt mach nicht wieder diesen hier. Komm schon. Komm schon, Kramor. Komm schon, Kramor. Kramor! Ich kann da nicht hingucken. Oh oh. Oh oh. Ich kann da nicht hingucken. Oh, Altaria, Drache. Mmmmm. Ja! Seelen Tau. Ja, super. Ja, noch mehr für Kramor. Wir können entweder einen, krass, naja, weiß ich nicht. Was machen wir jetzt? Ich würde dafür beleber und dann noch ein paar Supertranks. Ja, aber für... Ja. Ja, wie soll's denn sonst? Wer? Oh. Wer wäre es denn guter? Also ich sag so theoretisch, wenn wir Paar Mom Amo wieder beleben, kann der auch wenn anders wieder über die. Ja, das muss man machen. Sollen jetzt noch ein paar Tranks. Kramor. Teilt euch das gut ein. X Tempo? Oder lieber X Tempo, dass wir... Ja doch, X Tempo ist gut. Also ich sehe hier gerade, die Chance, dass Items droppen ist 75% von einem normalen Pokéball. Also was dann da drin ist, ist ja egal. Ein Superball sind 18%, ein Ultraball, also ein Hyperball sind 4, ein Rogueball sind 1 und ein Masterball ist 0,1. Wir werden überleben mal wieder. Es ist jetzt natürlich... Wer ist denn da gerade? Das ist ein Normal-Pokémon. Naja. Äh... Ich wäre jetzt erstmal für... Primarene, glaube ich, ja. Trifft die Attacke nicht immer? Ich glaube. Kann ich das jetzt nochmal machen? Ne, ich glaube... Ne, ne, die hat nur 1 AP. Ah, jetzt brauchen wir die AP-Dinger. Ja, das ist natürlich... Ah. Und jetzt brauchen wir AP-Dinger. Na, na, Kampf und weg damit. Ne, na, Kampf und weg damit. Ne, na, Kampf und wegs alle, habe ich doch gerade gesagt. Hä, ich dachte, Vital sägen solle. Ja, das auch. Oh nein. Ein Kramhorstod. Ach, kacke. Nicht tot. Nein. Na, super, das haben wir einmal getauscht. Äh, wir haben gelesen, äh, gelernt, das Schaumding machen wir nicht. Solange wir anders anwesend ist. Das ist eine andere Taktik wäre natürlich jetzt. Jetzt hast du schon wieder getötet. Ne, ne, das war ich nicht. Wie, das warst du nicht? Warum ist dein Schlapper tot? Ne, mal ehrlich, weil, weil, Schaum-Sarenado wäre ja Pamu-Mamu tot und nicht prima reden. Du hast aber den Elektro-Tag eingesetzt, die beide trifft. Ach, Elektro trifft auch beide. Aber sogar ein Crit, super. Ja. Das Einzige, was wir jetzt machen können, Flo, was uns vielleicht noch rettet, ist jetzt auf der nächsten Ebene noch ein Pokémon fangen. Heißt, oh, ne, du mich auch. Nein, ich auch weg. Übertrank. Oh. Was ist alles geklappt hier? Wir müssen ja... Ja, wir können das jetzt fangen, halt. Was? Macht ihr doch tot? Gut. Damit wir irgendwas halt haben. Darum geht's. Weil jetzt eben 100 wird... Oder wir riskieren, dass es nur ein Box Pokémon ist, was einfach ist. Ja, wir müssen jetzt erstmal versuchen. Du hast bei Nahkampf auch nichts mehr? Ne. Auch alle. Ja, wir müssen jetzt erstmal... Guck erstmal, wie viel der abzieht, wenn du einen Stoß machst. Ja. Ja. Ja, noch einen. Danke für nichts. Ach. Ich hoffe, der schläft jetzt noch. Ja. Ja. Ja, dann versuchst du fangen. Superball, wie war bei Walkball? Wie war bei? Für wen? Das wohl nicht, das schläft das halt trotzdem noch. Oh, ne. Ich denke, wir sind jetzt eh am Ende. Das ist jetzt einfach nur irgendwie Schadensbegrenzung. Wie wir sie gar nicht? Ja, seid ihr ganz raus. Sorry, danke für deine Dienste. Es gibt doch mal noch nicht auf hier. Da! Äther! Dann komm mal wiederbeleben. Wirst du wiederbeleben? Ach so, ja. Och, Jan! Ich krieg hier eine Krise. Ja, perfekt. Töte es, weg damit. Ne, erstmal wiederbelebende, oder? Ja. Und wen? Das ist ja der Kampf. Du müsst jetzt irgendwen haben, der auch was gegen das Ding machen kann. Ja, Kramauer ist gut. Wir müssen ihn bitte besiegen. Wir müssen ihn bitte darstellen. Scheiße, eh nur 100 Flo. Ja, es gibt übrigens nicht nur Rare-Candy. Es gibt auch Rare-Rak-Candy. Oha. Es gibt auch Egg-Wusher-Plus- und Egg-Wusher-Premium. Hey, da steht, Egg-Wusher heißt Let's you spin the gusher once. Kann man das denn machen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist jetzt schon mal gut. Oh nein. Oh fuck. Oh nein. Gott, 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 Gott. Kramur! Du rennst euch den Arsch los! Boah, Schnabel rein rein in die Wendel! Oh nein. Oh Gott. Oh Gott, gleich sind wir auf. Töte es! Weg! Bevor's Eier legt! Jaaaa! Du Scheiße. Das hat geladen. Du hast einen goldenen Pokéball bekommen. Da bin ich, habe ich das falsch gelesen. Jetzt haben wir so ein blödes... Ja, das wäre gleich irgendwas anders. Cool ist wieder aus. Und die brauchen wir jetzt nicht. Hi. Du kannst drin bleiben, aber du kannst raus gegen keine Ahnung. Wo so ringen. Das ist auch ein Kampffilz. Pass auf, du musst den zuerst besiegen den Kampffilz. Ja. Wo musst du jetzt Unlicht auf den Kampffilz machen? Ich habe Fee auf den Kampffilz gemacht. Du machst das immer so schnell, wenn... Ich weiß nicht ganz. DNA-Splicer? Wo gibt's denn diesen Acting-Macher-Ding? Da steht das. Ist das ausgewichen? Ja, wie geht das? Vielleicht hat das ein Fluchtwetter. Oh mein Gott. Arriba. Ah, hier. Full-Item-Pool. Come on Items. Oh. Great Items. Alter, ich... Ja, ich sehe jetzt alles. Ich werde es jetzt rausfinden. So, Flo. Nugget. Haben wir denn... Erinnerungspilz vielleicht was Sinnvolles drin? Na, bei wem denn? Nee, wir haben ja geguckt. Ja, aber wir haben jetzt einen neuen. Ja. Den wechseln wir eh gleich wieder aus. Wir machen Respekt und nicht. Ja, das ist okay. Hey. Arriba. Warum sagst du das? Das klingt so, als ob er das sagt. Das möchte ich mir das mal. Und... Stück. Ach, guck mal. Hast du es gehört? Ähm, es ist ein Great Item. Also es ist ein Superball. Es gibt es also wirklich. Es steht Evolutions Items. Steht hier. Evolution Items can appear if a Pokémon that can evolve. By one is in a Player's Party. Na, das hätten wir ja. Oder muss der eine Attacke oder so dafür haben? Nein. Der braucht keine... Weil grad haben wir eine Erinnerungspilz. Bei Ursa Luna ging es darum, dass du einen Torfblock brauchst und es musste das Wetter sein, das Vollmond ist. Die Frage ist, brauchen wir jetzt hier irgendein Wetter? Ja, na, geht rein damit. Hast du vielleicht irgendeine Taste vergessen, wo du irgendwas machen kannst? Möglich. Also ich sehe hier auch nur abgebildet, dass dieses Kabel das da ist, aber hier steht Evolution Items. Das sind wohl auch Steine, nehme ich an. Ach du Heiliger, hallo. Machen wir ihn tot. Machen wir ihn nicht tot. Machen wir ihn nicht tot. Machen wir ihn nicht tot. Oh, dann machen wir einen flüchten jetzt. Dann machen wir jetzt einen... Grimarena? Oder Schalterra? What? Das ist ein Flug-Pokémon. Und ein Feuer-Pokémon. Ja, deswegen ist beides scheiße. Hä? Deswegen sollst du ja Schalterra nicht nehmen. Weil der ja sonst beides doof ist. Ja, deswegen ist beides scheiße. Hier weg mit dem Schaum-Reservant. Oh. Ja, nochmal. Geht doch. So, jetzt schau ich mal. Was gibt's hier noch für Items? Es gibt... Es gibt... Terror-Raid-Chart. Und es gibt DNS-Placers. Und Ultra-Rare-Items. Es gibt doch die Minzen tatsächlich... Oh, hi. Okay. Das hat wehgetan. Unterschätzt das nicht. Das ist ein... Unterschätzt das auch nicht. Aua. Nicht dich selber treffen. Uiuiuiuiui. Oh, nein! Was denn? Also, ich sehe jetzt hier gerade... Das eine war ein Evolution-Item. Das war bei Super-Alt-Ball. Aber es gibt doch Rare-Evolution-Items. Und ich sehe da den Torf-Block abgebildet. Ja, das erklärt's auch. Torf-Block! Torf-Block! Yes! Aber nicht vor 100. So, aber erstmal kurz hier ein bisschen... Wenn du dich hier verklickst, dann hau ich dich! Jawohl! Bist du bereit? Ich bin bereit. Ganz enorm. Jawohl! Was wird's jetzt? Das ist normaler. Jaaaa! Juhu! Oh, ist das toll. Jan hat nicht damit geglaubt, glaube ich. Jan sei ehrlich. Na, schwierig. Oh, Schmetterramme. Oh, ist das toll! Und ich sehe meinen Plüsch von hier. Äh, ganz kurze Pause. So. Oder Luna möchte was lernen. Schmetterramme, die wollten wir doch nicht. Guck erstmal, was das macht. Schmetterramme. Haben wir doch schon mal. Nein, Schmetterramme doch nicht. Doch. Ach. Und das tut jetzt auch, ist das nicht von... Ach, ist das die Attacke? Ja, von mir aus. Jetzt doch lernen? Weiß ich nicht. Ne, wir haben ja das andere. Oder... So, wir dürfen jetzt aber nicht... Wir müssen trotzdem aufpassen, meine Meinung. Ist ja alles noch gefährlich. Aber Kramo ist halt einfach MVP. Das hat sich gelohnt. Was hat sich gelohnt? So weit zu kommen. Ja, natürlich. Aber wir waren kurz vorm Abgrund. Aber... Kramo oder MVP, der hat's... Der hat's gerissen. Wir geben niemals auf. Äh... Ich glaube, ich wäre jetzt kein Lokparfüm mehr. Ich glaube, ich bin da jetzt gebrieft. Kann man Viola-Beleber kaufen? Ja, auf den Ebenen ist es jetzt halt langsam auch ein bisschen schwierig, muss man sagen. Ich bin mir das hier zu teuer. Ne, leider. Und der Donnerwelle? Ne. Wollen wir nicht. Tempo? Jawohl. Tempo, Tempo. Oh Gott. Ach, du Heiliger. Ja, Flug ist doppelt gut. Usaluna ist jetzt halt auch geschwächelt dagegen. Sogar doppelt. Also Usaluna sollte da nicht kämpfen. So gern ich das auch hätte. Ich hab' immer gespeckt, ja du. Aber der hat auch nie Schwäche. Ja, ich weiß, der juckt mich aber auch nicht. Guck dir doch diese Frise an hinten. Ja, das ist eindeutig Donald Trump auf... Das kann mir keiner sehen. Usaluna. Ach man. Ich hab' alles erreicht. Alles erreicht im Leben. Ay, gut, child plus, alter. Oder... Oder X-Volltreffer. Ne, wir müssen die Gutscheine nehmen, glaube ich. Ist ja noch was anderes. Ich sehe übrigens auch die ganzen Biome, die es gibt. Ja, ne, das... Jetzt mach' mal zu. Mehr musst du jetzt nicht wissen, reicht. Aber darf ich nicht rausfinden, wo man das mit dem Ei machen kann? Ne, lass' erst mal. Vielleicht fehlt mir's ja nicht so. Sonst kannst du dann gut. Ah, gut. Ich wollt' ja nur das mit den Items eigentlich wissen. Deswegen. Ah, toll. Wieder alles gut für Usaluna. Wow. Kannst gar nicht lernen. Ja, dann nicht. Das ist doch kacke. Hier einen Trank. Gönnt ihr die 20 Kf. Angrimarene ist tot. Ja, tot. Marin tot. Oh. Schande, Grammar. Schande über dein Haupt. Hier ist kein Sunlight. Hier ist alles dunkel. Wie soll das? Also Usaluna muss sowas von aufs Hand nehmen. Da gibt's keinen Wind und Auer. Vorher, wie du grad irgendwas mit Torfblock vorliest, ist das gar nicht merkst. Ja, vielleicht ist das auch ein Sportwert. Ihr guckt Wundersort. 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 Ah, dein Ernst? Was macht Ernst? Wow. Sagt er mir nicht. Ich guck nach. Guck erstmal nach Heilung. Kannst du schon noch Geld ausgeben? Nee. Dann würd ich das normalen Trank kaufen. So, meine Freunde. Ernst, sorgt dafür, dass du... Äh... Wo ist es denn? Hier, Ernst. Nee, das ist was anderes. Hier, Ernst. Minus Init plus Init. Also, mach's glücklich. Okay. Ja, nee, das kann man nicht. Dann geben wir hier Schoterra mal ne Wundersort. Jawohl. Grazfeld. Nee. Wir müssen, glaub ich, in den Wald oder sowas. Da könnte es Bubungus geben, nehm ich an. Ja, ich glaub das... Oh, 94, ey. Nee. Kramo. Warte. Aber das ist doch voll enttäuschend, wenn wir jetzt bei dem nächsten Mal einfach mal voll schlecht sind. Und was hat Mogi gemacht, wenn ich mal fragen darf? Ja, ich weiß es nicht. Hast du dir das angeguckt, was passiert ist? Nee, nee. Ich hab's nur gehört, wie gesagt, in dem Part. Aber der spielt das auch mit den anderen, oder? Ja. Ich weiß halt auch nicht. Sind wir einfach so gut? Haben wir einfach eine gute Auswahl getroffen? Weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt am Anfang auch nicht irgendwie krasse andere Pokémon mitgenommen. Volltreffer. Was hatten wir denn noch? Welche Starter haben wir nicht mehr? Oh, 110. E-Rekord. Oh. Ach, die ist auch Pflanze. Auch hier kann wieder Kramo durchsweepen. Ähm. Außer den Vevelon. Haben wir noch alle drei, oder? Oh. Oh. Das ist Terra-Typ Pflanze. Das ist hier auch Terra-Typ. Gibt es echt interessant. Jawoll. Ist das wirklich? Ja, das ist... Kannte Musik. Aber ist das auch Solstelung? Das war wenig. Alter. Mach sie weg! Oh! Oha! Hä? Das war in der Hülle drin oder nicht? Nee, eben nicht. Die Hülle war leer. Aber... Hat er den Pflanze? Was? Hat er den Pflanze? Hat er den Pflanze? Ich glaube, den hatte er, oder? Doch, ja, doch. Doch. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, stimmt. Nee, das weiß ich gar nicht. Wie lange ist der Part bei dir gerade? 18, 38. Oh, vielleicht reicht es ja noch. Komm, wir werden danach geheilt. Voll riskier. Alter, die Crits. Rein! Markus Spector. Ich will die nicht mehr sehen. Vielleicht kriegen wir ja ein cooles Mon, dass wir da durch... Vor allem, wann kommt denn endlich Drache? Drache wäre so cool. Okay, Karma muss abdanken. Nein, Karma, du hast so viel getan für das Team. Sag mal, denn jetzt... Ja, Markus Spector, jetzt zeig mal, was du kannst. Mach wenigstens irgendwas, bis du ausgetauscht wirst. Wir haben jetzt ein Problem. Jetzt hör auf mit dein Sauger, du Penner! Stopp! Beide tot. Oh, Markus Spector hat sich geopfert. Wir müssen jetzt jemanden nehmen, der keinen... Was machen wir denn jetzt? Aber wir sehen es schon. Hutsasa, Gift. Also, Pamomamo im ehesten, hätte ich jetzt gesagt. Die anderen haben alle eine Schwäche. Ich hätte das, glaube ich, eher mit Elektroden. Ja, weiß ich nicht. Komm! Er hat doch nicht die... Das Item, oder? Nee, hat er nicht. Gut. Jawoll! Aua! Was? Der lebt noch? Ja, kein Problem. Die Marina! Sag. Du redest die Lage. Siehst du, das wäre jetzt auch... Es hätte tatsächlich jetzt auch anders ausgehen können. Hättest, ja. So, Erika... Noch eine Gutscheidfluss! Oh Gott! Bam, 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 bam! So, sind wir jetzt schon über 20? Ja. Oh, ne. Ich habe Heise wieder. Gut. Dann würde ich sagen, was mit dem Heise geschieht in der nächsten Part und wie weit wir weiter noch kommen werden. Ob es jetzt bald vorbei ist oder ob wir bis in die unendliche Unendlichkeit weiterspielen. Deswegen nicht verpassen, Like da lassen, bis zum nächsten Mal und tschüss! 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 Tschüss!